Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Minecraft-Ausflug. Ich habe hier immer wieder Teats, also irgendwas eingegeben, irgendwelche Zahlen und sowas. Und, okay, ich habe die ganze Restlichen gelöscht. Also die hier war wirklich die allercoolste. Ich weiß leider nicht, ob man die irgendwo sehen kann. Also, ob man irgendwo sehen kann. Vielleicht das da. Habe ich noch nie ausprobiert. Wie man weiß, was das für ein Seed war. Weil ich habe einfach getippt, ich habe da nicht drauf gehalten, ich habe nebenbei noch eine Serie geguckt. Und die fand ich so geil. Also wirklich mega interessant. Habe ich jetzt die richtig geladen? Äh, verdammt. Doch, war eigentlich die? Genau, 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 genau. Doch, doch, doch. Da habe ich, ich bin hier schon überall rumgeflogen. Es ist mega interessant. Achso, ich weiß ja, ob man das hier irgendwo sehen kann. Ich bleib mal kurz stehen, dass die Zahlen alle stehen bleiben. Also, falls ich es jetzt hier irgendwo sieht. Ich bewege mich nicht. Ich habe meine Hände hier oben. Okay, ich glaube, das ist was anderes, was ich jetzt habe. Egal. Whatever. Ja, aber auf jeden Fall. Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus. Mit der XYZ-Achse. Ja gut, XY-Achse. Ja, okay. Kann man sich vielleicht hierher teleportieren? Mit Mods? Alles Vanilla. Ich habe, da brennt es. Ich habe meinen PC komplett neu gemacht, weil ich eine neue CPU habe. Und habe mir so gedacht, komm, Minecraft war auch immer CPU. Intensiv. Und ja. Ich fand die Stelle hier so geil. Also, ich kann euch leider absolut nicht sagen, was das für ein Seed ist. Weil, wie gesagt, ich habe Tipp, 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 Tipp. Reingeladen. Gut. Das hier zum Beispiel. Feiere ich hart. Finde ich cool. Ich habe die halt auch alle nicht benannt, weil, ja, ich bin einfach nur rein und habe mir so gedacht, mal gucken. In die Richtung bin ich auch gar nicht gegangen, sondern ich habe hier allgemein so geguckt. Ich meine, leider, muss ich jetzt dazu sagen, ist es natürlich auch Kreativ-Modus, weil ich wollte einfach nur rumfliegen, gucken und so und habe mir so gedacht, boah, wie geil. Ah, ja, genau, da hinten war noch der hohe Berg. Hier habe ich, hier war ich super lange drauf auf der Karte. Ich weiß gerade gar nicht, die in der Mitte war. Ach, genau, hier, ah, mit der Höhliche, ja. Genau, feiere ich schon hart, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will jetzt hier auch nichts abbauen, also absolut nicht. Ich muss hier gleich wieder raus. Hier so weit drin war ich vorhin auch noch nicht. Also, eigentlich bin ich gar nicht rein. Nee, Quatsch, ich bin da gar nicht rein. Oh, ist das Lava oder geht das da raus? Das ist Lava, ne? Aber warum springt der automatisch? Ihhh. Oh Gott, wo war denn das? Steuerung? Da. Oh. Nee. Ah, das sind diese Scheißdinger da. Oh, es geht sogar bis runter. Nee. What the fuck ist das? Äh. What the fuck? Was ist das denn? Äh, F3 steht da. Was? Skullt... Schrieker. Oh Gott, keine Ahnung, was das ist. Oh, das sind Diamanten. Cool. Wow. Was ist... Also, klar, wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt so, ja, hä? Gibt's schon lange? Aber ich hab schon wirklich ewig nicht mehr Minecraft gespielt, weil... Der 7700 K... Och, nochmal. War halt mit diesem Spiel schon ziemlich... Obwohl er auf 5 GHz getaktet ist. Schon ziemlich am Lim... Mütz? Was ist das? Alter. Ich hab... Ohne Scheiß... Ich hab keine Ahnung, was das ist. Oh, fuck, jetzt hier rauszukommen, ohne was kaputt zu machen. Damn it. Ich kann mich auch nicht mal selber umbringen. Ach, da oben. Ho. Weil vielleicht... Ich versuche das hier wieder auch in Dings umzustellen, äh... Wie heißt das? Ich komme gleich drauf. Ähm... Survival. So gesehen. Ja, 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 ja. Ging's hier raus? Oh, Nase juckt. Ja. Komm, jetzt hier mal durch. Jawoll, geil. Weil wie gesagt, hier will ich nix kaputt machen. Boah, ist das eine riesige Höhle. Alter, kranke Scheiße. Ach, hier mitten in so einer Schlucht. WTF? Ich mach das hier auch mal wieder aus. Ups. Boah, da ist noch ein... Den hab ich vorhin noch nicht gesehen. Wow. Wow. Ich mein, gut, wenn man das hier in Normal spielt, also hier in... Ähm... Ich komm gleich drauf. Oh, ich... Alles von der Höhlen. Pilze sind... Boah. Naja, was ich sagen wollte. Wenn man das hier in Normal spielt, also in Survival. Ich, besser gesagt, das wird nix. Alter, das sind doch Riesenberge. Ich hab vorhin die ganze Zeit überlegt, nehm ich einfach auf, während ich halt tipp, 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 tipp mache. Ey, es kotzt mich so an, dass ich das nicht gemacht... Alter, guck mal da. Ich mein, gut, das ist schon... Alter, sehr weit auseinander... Oh! Leute, das ist ganz normal, das ist kein Biom oder sowas, das ist... Stink normal. Boah, Leute, ist das eine geile Karte. Oh, ey, wenn ihr hier den Seed kennt, hier raus, er kennt Shanks. Ne, Seed hieß das nicht, Shanks. Guckt doch, das ist hier über den Wolken. Als Standard, als... Okay, also, wie gesagt, vielleicht denkt ihr euch jetzt so, hä? Ist das komplett normal? Die sind tatsächlich über den Wolken. Wusste nicht, dass es das bei Standard-Welt gibt. Oh, ey. Ich war echt... Hammer. Ist das eine schöne Welt. Gut, das geht, aber trotzdem. Oh. Ich nehm's zurück. Okay, das ist leider hart verpackt. Oh, der Arme. Naja, komm. Genau, du hast ja noch... Du hast ja hier eine Treppe. Naja. Aber so an sich wahnsinnig schöne Welt. Ich flieg da jetzt wieder zurück. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das Startpunkt war hier. Der Spawnpunkt. Der wäre jetzt auch nochmal sehr interessant gewesen. Wie gesagt, ich bin rumgeflogen die ganze Zeit im Kreis. Also hier hinten war ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Startpunkt irgendwo hier drüben war. Ich hab ganz fix dieses Loch gefunden. Ich weiß nicht. Vielleicht ungefähr hier so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie hier. Ja, keine Ahnung. Warte mal, Feuer. Ja, egal. Einfach schon mal Karte Nummer 1, die ich persönlich wahnsinnig schön finde. Also, wow. Ist echt geil. Die Karte. Die zweite ist dann die hier, genau. Genau. Die weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Ach ja, gut. Ja, okay. Das war ich ja mit ganz vielen Stäbchen auf Bohnen. Hab ich noch nie gesehen. Ist hier wirklich alles voll. Wahrscheinlich auch wieder ein Biom. Nein, nicht ein Biom. Doch nennt man, glaube ich, trotzdem Biom, ne? Ja, klar. Biom, da wo ihr denkt, ja, hä? Ist vielleicht selten. Keine Ahnung. So als Beispiel jetzt oder was weiß ich. Aber ist nix Besonderes. Ich hab, wie gesagt, absolut keine Ahnung. Oh. Oh, hier verbrennt. Hier verbrennt ordentlich was. Naja. Fand ich aber sehr schick. Muss ich sagen. Also wirklich sehr schick. Aber das ist jetzt eigentlich nur wegen diesen Pike-Dingern hier. In den Stäbchen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Oh, der ist auch alles voll. Ich bin von da hinten gekommen. Also von ziemlich weit. Also hier bin ich. Ja gut, ziemlich weit. Keine Ahnung, war, glaube ich, eine Minute, wo ich hier einfach nur gerade ausgefungen bin und hab das gesehen. Also ziemlich weit muss ich jetzt revidieren. Das passt nicht. Und hier ist superlaute Musik. Okay, da ist auch nochmal Lava. Ja, aber fand ich halt, wie gesagt, ziemlich cool. Hab ich persönlich so noch nie gesehen. Achso. Falls ihr hier auch ein Seed erkennt. Keine Ahnung. Möchte ich jetzt überall zeigen, welche oben draufsteht. Zum Beispiel jetzt so. Keine Ahnung. Wenn da oben jetzt ein Seed steht, gerne auch da in die Kommentare. Ich kenne mich aber leider überhaupt nicht aus. Äh, XYZ-Achse. Wo standen die denn eigentlich? Gibt's das gar nicht mehr? Doch, da. Nee, Schank. Ist das das? Keine Ahnung. Ach da, ach da. XYZ. Da ist sie. 53, 54, 145 und 879. Ah, okay, okay. Alles klar. Vielleicht kam man daraus irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Okay, die fand ich halt cool wegen diesen Stäbchen da. Und jetzt gehen wir mal zur letzten Karte. Die fand ich halt auch ziemlich cool. Weil das sind ganz viele, also wirklich ganz viele Biome irgendwie in einem, an einem Punkt. Fuck, hab ich die gelöscht? Nein. Genau. Dunkelgrün, hellgrün. Äh, mal besumpf, glaube ich, ne? Moor. Da hinten ist, äh, Schnee. Da ist nochmal Sumpf. Da hinten ist nochmal hellgrün. Hier waren auch, oh Gott, in welche Richtung war denn das? Ich bin ja auch, hier bin ich, hier bin ich tatsächlich länger geflogen. Ich glaube, hier bin ich auch gut 10 Minuten. Ach ja, genau. Genau. Hier sind Tannen. Da hinten sind, andere hohe Bäume. Ach, da vorne auch. Sind das auch Tannen? Ich glaube, das waren auch Tannen. Also hier gibt es ganz viele verschiedene Biome. Fande ich auch ziemlich cool. Oh, da hinten ist irgendein Gebäude von, ich glaube, diesen Raid, Raid, Raid-Dinger-Typen, futzigster. Oh, was ist denn das hier? Ist das ein, was? Ist das ein Bug, oder? Ist das ein Baum? Weil da unten auch, das habe ich auch schon gesehen, von ein bisschen weiter weg. Nee, das ist so. Was ist das für hässliche, das da, das man wahrscheinlich Büsche irgendwie darstellen will? Weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall, ja, ziemlich cool. Ich habe auch mal meine alten Karten alle so rausgesucht, von den alten Festplatten. Ich habe die ja Gott sei Dank immer, okay, fast immer abgespeichert, aber meistens abgespeichert und es sind echt schicke Dinger dabei. Oh, da ist ein Boot, oder? Nee. Komm, da fliegen wir mal ganz fix hin. Ah ja, leider, achso, oh, hier auch. Moment, ich bleibe mal kurz stehen. Ja, wie gesagt, auch wenn ihr hier ein Seed erkennt, sehr gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ich warte noch mal ein bisschen, ne, falls ihr hier irgendwas abtippen wollt. Ah ne, ihr könnt ja Pause machen. äh, 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 F3. Okay. Gibt es keine Kiste wie der Fakrasse? Wow. Wow. Gibt es echt keine Kiste? Heftig. Ne. Schade. Okay. Okay. Okay, dann möchte ich mal ganz kurz rüber. Ich bin, ich habe ja friedlich gestellt. Das heißt, hier dürften ja eigentlich keine sein, oder? Ne. Oh, dafür steht die Kiste, die hier doch da ist. Wow. Gibt es sogar ja Faustfläschchen. Guten Tag, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Hey, du da. Ich habe gefragt, ob ich helfen. Du da. Bist du alleine? Nö. Ach, die spawnen gerade, Tatsache. Fushis. Ja, okay. Also, fand ich halt auch ganz cool. Wollte ich halt auch dann noch dazu zeigen. Also, ich mache jetzt auch nicht weiter, weil das waren die einzigen drei hintereinander. Das fand ich halt so krass, die ich halt ziemlich cool fand. Ich meine, ich hatte noch andere, da wo ich auch schon so gesagt habe, boah, aber, die habe ich irgendwie auch wieder gelöscht, weil irgendwie, da kam die hier und da haben wir so gedacht, Wahnsinn. Oh, nein, 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 eine Pilze. Eine Pilzinsel. Oh. Ey, Leute, könnt ihr irgendwie den Zid rausfinden? Die würde ich so gerne, ein Kumpel, also Manuel, gut, kennt ihr zum Beispiel von Desert, falls, okay, falls ihr jetzt nur wegen Minecraft hier seid, nicht, aber Manuel liebt das und boah, hier ist eine fucking Pilzinsel. Ist das wirklich nur Pilz? Oh, das hört da hinten auf. Oh, nee, da muss ich ein Foto schicken. Hier kann ich auch super Quake stellen, ne? Alter, das muss ich ihm schicken. Ist das geil. Wie war denn das da, ne? F1. Ja, F1. Äh, ich, ja, gut, äh, auch hier gern nochmal hier, könnt ihr hier nochmal ganz kurz gucken, vielleicht findet ihr hier, äh, den Seed oder was weiß ich was, keine Ahnung. Und, ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt dann oben, schreibt den Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Ciao. Ciao. Ciao.